Meine Freunde, kurz mal im Video, meine Freunde. Sixty und MC Miller haben Stress, Mann. MC Miller war ein Klub, Mann, und da hat er Sixty Nein gesehen. Und dann gab's Beat, meine Freunde. Sixty, hast du eigentlich mit deinem Mann gestanden, Mann, ey? Hast du's dir gezeigt, Mann? Ich hoffe, ihr habt euch ordentlich geboxt, Mann. Dann könnt ihr mal euren Rapper-Lifestyle zeigen, was ihr drauf habt, Mann. Und das ist ein langweiliger Scheiße, Mann. Zeig mal, was ihr hier drauf habt, die Rapper, Mann. Sixty rappt über Gangster-Life. Aber du bist doch gar kein Gangster, Mann. Dann hat die Polizei alles aufgelöst. Was ist los bei euch, ja? Sixty, ich wär mein Mann gestanden, Leute. Die Kugel aus dem Bänder geschossen, Mann. Dann wär die Sache erledigt gewesen. Okay, meine Freunde, kurz, das ist jetzt nicht ein Thema, Mann. S-C-S-E-O, meine Freunde. Das ist echt die Kette und verarscht uns alle, Mann. Diesen Freitag wollt ihr Track-A-Lease haben, meine Freunde. Bester Mann mit seinem neuen Signing. Er sieht zwar aus wie Six-Nine auf Down-Syndrom-Modus. Aber die Uhr hat was drauf, Mann. Ihr werdet alle noch sehen. S-C-S-E-O und bloß alle Hops, meine Freunde. Okay, meine Freunde, das war's für den Video. Vielen Dank zum Pass. Abonniert und like nicht, vergessen, meine Freunde. Und tschau, Mann.